Was geht ab Freunde in Zukunft zum weiteren Video von meinem Kanal. Heute gibt es noch ein Bundesliga Team of the Season Pack Opening. Im Hintergrund noch Champions League Finale. Liverpool immer noch gerade 1-0, aber auf jeden Fall Bundesliga Team of the Season Pack Opening. Wie es losgeht, lasst schon mal auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde mich sehr gerne freuen. Falls ihr noch kein Abo rausgegeben habt, würde mich sehr gerne auch über ein Abo freuen. Und aktiviert auch gleich noch die Glocke und keine neuesten Videos zu verpassen. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Bundesliga Team of the Season Pack Opening. Und wenn ihr noch 1-0 La Liga haben wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich denke, 30 Likes haben wir eigentlich die Bundesliga in La Liga Team of the Season Pack Opening. Viel Spaß beim Video. Sie sind da. Let's go. Was hast du geholt nochmal? Gold 3, ne? Er startet direkt rein. Oh, Alex Velesch. Krank, Alter. Geile Karte. Er ballert direkt durch. Ja, moin. Ja, moin. Schön, erstmal Perfect Link und Innenverteidiger und Linksverteidiger. Schön. Ne, moin. Er zieht direkt durch, als ob es kein Morgen gibt. Komm. 95er Halzenberg. Oh. Joe Felix hat nur 3-3, oder ne? Ja. Ich würde Sommer nehmen für Rating. Oder du brauchst einen Linksverteidiger, dann würde ich Halzenberg nehmen. Oh. Komm, dann was du brauchst. Komm, dann was du brauchst. Für SPC würde ich für Sommer nehmen, aber wenn du einen Linksverteidiger brauchst, halzenberg. Dann nimm Dings. Dauert Trap und Pizzi. Ciao, Felix. So, schwarzer Bein ist weg als Anfang. Let's, komm. Kruse. Oh, da kostet er. Auf Ehre, da kostet er, Junge. Krank. Ey, bis jetzt habe ich nur immer gesehen, Sommer oder Trap. Erstmal. Oh, oh. Die Alex Tett. Das fand ich mega geile Rewards. Also, wenn das so bei mir kommt, bin ich safe zufrieden. Alex Tett ist für Links und da kostet er für Rechts. Pena, Pena ist links, ey. Oh, Walkout. Let's go. Aber nicht blau. Deutschland, ZOM, Emerson Müller. Wow, Ehre Müller. Oh, 50 Kampags. Oh, Walkout. Blau, 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 blau. Deutschland, ZOM. Torwart Trap. Ey, wenn der das den Relay drausholen würde, ne. Ich glaube, ich würde lachen und nicht mehr eintriegen. Ne, länger her. Ja, komm, kannst starten. Let's go. Bitte. Bitte was Geiles für dich. Sommer. Perfekt für dich. Perfekt für dich. Okay, da hast du schon mal einen Spieler, den du haben wolltest. Komm, da kostet er. Aber wohl, da kostet er, bringt dir nichts. Schulz. Komm, Schulz. Kampel, auch noch gut. Zwei Bundesliga-Spieler für die Bundesliga. Man. Let's go. Walkout, komm, blau. Nein, natürlich nicht. Belgien. Ähm, mit Mertens. Oh, so viel. So, Weekend League Rewards. Goal 2. Wie sagt ihr, bei mir kommt nur Müll raus, habe ich eben im Gefühl. Das sind die ersten Rewards seit langem mal wieder, die ich von zu Hause öffne. Ich sag's doch. Aber ich will den, ich spiel den nicht. Ciao, Felix. Kampel. Wow. Wow, Kevin Trapp. Wie Müll. Und zweite Kampel. Oh. Das ist kaum kein Tod. Ne, 45 hat wegen hier noch ein Walkout, ey. Wie hart. Seltene Mega-Pick am Start. Walkout. Wow, Micke, Micke, Daryon. 55k-Set auf Ehre anfangen. Ja. Fangen wir mit dem 55k-Pack auf Ehre an. Let's go. Come on, gib mir Walkout. Yes, come on, Walkout. Bam. Blau, blau, blau. Let's go, komm. Portugal. Rechts, die Zeit, ja. Ach, die sind Alveda. Lol, 90er, aber egal. Erstes, erstes Pack, erster Totz. Lego. Nice, Alter, schade. So, 100k-Pack. Let's go. Na, leider nicht. Frankreich, Stürmer, Benzema. Lacazette, 85. Auch immerhin wenigstens. Ey, die haben dich jetzt schon, wo der aus dem Totz raus war, dreimal gezogen. 6.000-Pointe, wenn du noch eines darfst du ziehen. Let's go, come on. 55k-Pack. Nächstes 100k-Pack. Kein Walkout. Ey, die 100k-Packs, ne. Chico. Chico, 85er. Auch ganz nett. Boah, 85er. Boah. Boah. Star-Sixer-Rudy. Let's go, come. Kommt, 55k-Pack. Kann nicht sein, dass du bis jetzt das beste Pack warst. Kann, das kann einfach nicht sein. Armenien. Mika, 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 Taria. Let's go, come. Come on, Alter. Gib mir jetzt einen Willkost. Ey, die 100k-Packs sind so bad bei mir, ne. Hätte ich mal komplett alles in Dings verballert. Wie toll und 83. 85er, Coco, okay. Ich hab nix gesagt. Immerhin ne 85er. Und vielleicht noch 85er, komm. Komm, komm. Ah, leider nicht. Wie du fallen hast, gerne einen Daumen nach oben da. Abo, falls ihr noch nicht rauskommt, würden wir uns sehr gerne freuen. Aktiviert die Glocke, um keinen neuen Video zu verpassen. Und wenn wir sagen, macht's gut. Und hol rein und ciao.